Viele meiner Klienten haben immer eine ganz besondere Frage auf dem Herzen. Sagen Sie mal, Herr Rademacher, woher nehmen Sie eigentlich immer die Bärenruhe und die bewundernswerte Gelassenheit? Wo Sie doch im Leben derart viele Schwierigkeiten bewältigen mussten. Nun, für meine souveräne Lebenseinstellung tragen viele Faktoren eine positive Verantwortung. Aber besonders ein Name soll an dieser Stelle genannt werden, die von Professor Springer aus Paris. In einer Lebensphase, in der es mir wirklich dreckig ging, entdeckte ich seinen Lehrgang mit dem Titel Wie man die totale Selbstbeherrschung erreicht. Und dieser Lehrgang hat genau das geschafft. Ich kann mich selbst total beherrschen und muss mich daher nicht mehr von widrigen Situationen beherrschen lassen. Lassen auch Sie sich helfen, von meinem TV-Seminar Selbstbeherrschungstv. Werden Sie in wenigen Tagen zum uneingeschränkten Meister Ihres Lebens. Überwinden Sie jede Schwierigkeit, die Ihnen das Leben heute noch schwer macht. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Rademacher Und wenn Sie sich entsprechen, Sie arbeiten Ihnen schon holidays. Untertitelung des ZDF, 2020